In Schwächephasen sollten Aktien jetzt weiterhin eingesammelt werden und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Börsenupdate für die laufende 14. Handelswoche. Die Börsen sind weiterhin im Ausnahmezustand. Nach dem Corona-Crash legten die Indizes in der vergangenen Woche eine ordentliche Rallye hin. Getrieben von Short-Eindeckungen und den gigantischen Rettungsmaßnahmen der Notenbanken und den Regierungen. Dennoch ist eines jetzt ganz, ganz klar. Die Kuh ist selbstverständlich noch lange nicht vom Eis. Die extrem hohe Volatilität dürfte uns noch lange Zeit erhalten bleiben. Im besten Fall bilden die Börsen in diesen Wochen jetzt einen Boden aus. Am wahrscheinlichsten ist es derzeit, dass die Kurse aber wieder abröckeln und der DAX noch einmal das bisherige Verlaufstief bei 8.256 Zählern testet. Nach einem Crash gibt es immer eine kräftige Gegenbewegung wie zuletzt und danach folgt meistens ein erneuter Rückschlag. Wer derzeit keine guten und starken Nerven hat, sollte noch nicht einsteigen und abwarten. Wer bei ein gutes Nervenkostüm und einem längerfristigen Anlagehorizont mitbringt, sollte in Schwächephasen und bei erneuten Abstürzen jetzt zugreifen. Positionen sollten seit einiger Zeit immer wieder aufgebaut werden. Darauf hatte ich an dieser Stelle in den Börsenupdates immer wieder hingewiesen. Sollten die alten Tiefs nicht nachhaltig und signifikant unterschritten werden, ist es ein Markt, den man derzeit durchaus kaufen kann. In den nächsten Wochen müssen wir uns aber natürlich auf Horrornachrichten der übelsten Sorte einstellen, sowohl von Unternehmen als auch von der Konjunktur. In Europa und in den USA werden die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft gigantische Ausmaße haben, die wir so noch nie gesehen haben. Die jüngsten Krisen zur Jahrtausendwende, nach 9-11 und auch nach der Lehman-Pleite dürften dagegen ein Kindergeburtstag gewesen sein. Kommen wir zu den wichtigsten Terminen der Woche. Von immenser Bedeutung ist der amerikanische Arbeitsmarktbericht, der am Freitag um 14.30 Uhr veröffentlicht wird. Zuletzt waren die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe ja regelrecht explodiert. Und selbst renommierte Experten gehen nun davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten dramatisch ansteigen wird. Möglicherweise stärker als zu Zeiten der großen Depression. Am Donnerstag schauen wir in den USA auf die Auftragseingänge für die Industrie und für langlebige Güter. Die Daten dürften erstmals einen scharfen Einbruch zeigen. Wichtig ist auch das Verbrauchervertrauen, das am heutigen Dienstag veröffentlicht wird. Und von großer Bedeutung sind die Aussagen der Einkaufsmanager, die am Freitag anstehen. In Deutschland, das ist klar, wird die Wirtschaft jetzt mit voller Wucht getroffen und befindet sich in diesen Wochen in einer massiven Rezession. Für die Autobranche dürfte es nun knüppeldick kommen. Das dürften die Pkw-Zulassungszahlen am Freitag zeigen. Auch der Maschinenbau leidet. Am Freitag gibt es dazu die Auftragseingänge. Und selbst wenn die Orderbücher noch gut gefüllt sind, dürfte es nun eine Lawine an Stornierungen geben. Und am Dienstag wissen wir, inwieweit die Krise bereits den Arbeitsmarkt infiziert hat. Denn zur Veröffentlichung steht der Arbeitsmarktbericht und dazu gibt es das DIW-Konjunkturbarometer. Um einen völligen Kollaps der Wirtschaft und des Finanzsystems zu verhindern, laufen die Gelddruckmaschinen der Notenbank jetzt auf allen Zylindern. Geld spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Welt muss gerettet werden, egal was es kostet. Abgerechnet wird hinterher. Wer den Bierdeckel nachher zahlen muss, ist klar. Natürlich wir, die Steuerzahler, sprich Sie und auch ich. Das war das Börsenupdate für diese Woche. Wenn Sie möchten, sehen wir uns am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie auf jeden Fall gesund, denn das ist natürlich das Allerwichtigste. Also, es ist戒ling.